... der Grünen, Marie-Luise Beck. Die Einschätzung von Präsident Putin ist, dass er sehr wohl Respekt hat für klare Worte. Deswegen respektiert er auch die Kanzlerin, weil sie sehr unerschrocken ist ihm gegenüber. Und ich glaube, dass jemand wie Präsident Putin mit einer gewissen Unerschrockenheit auch durchaus umgehen kann. Dafür ist er Manns genug, würde ich mal sagen. Das hat er ja immer mal wieder gezeigt, was für ein Mann er ist. Es kann nicht darum gehen, dass wir beiseite schieben, was tatsächlich passiert und vorgefallen ist. Und ich sage, dass wir das besonders aus Deutschland formulieren müssen, weil wir manchmal dazu tendieren, die deutsche Geschichte und die Empfindlichkeit, die noch besteht, in den Ländern, die zwischen Deutschland und Russland liegen, sie zu unterschätzen. Das halte ich auch für einen Teil der Probleme der deutschen Öffentlichkeit. Gibt es Ihnen zu viel Russland-Verständnis? Wenn man die Medienauseinandersetzung sieht, sehen wir ja viele Runden, das ist dankenswerterweise heute anders, in denen deutsche und russische Experten sich über die Ukraine unterhalten. Und das sollten wir tunlichst vermeiden. Wir sollten uns bewusst sein, dass es in Europa schlechte Erfahrungen gegeben hat mit einem starken Deutschland und einem großen Russland, die sich ja durchaus historisch über die Länder dazwischen immer mal wieder verständigt haben und ihre Geschäfte gemacht haben auf dem Rücken dieser Länder. Deswegen ist für mich sehr wichtig, dass wir Polen zeigen, den Baltikum zeigen, Völkerrecht ist für Deutschland, dieses Deutschland jetzt eingebunden in die EU, etwas, was unverzichtbar ist. Und deswegen muss auch die Ukraine geschützt werden, indem das Völkerrecht auch für die Ukraine gilt. Ich glaube schon, dass die Enttäuschung zunimmt. Es gibt ja sehr viele Enttäuschungen in dem Verhältnis auch von Deutschland zu Russland und ich glaube besonders von Außenminister Steinmeier zu Putin, der, das weiß ich von Ihnen nun sehr genau, zu Beginn dieser Legislaturperiode, die Modernisierungspartnerschaft mit Russland noch mal neu beleben und ihr noch mal mehr Fahrt geben wollte. So ist Außenminister Steinmeier vor einem Jahr angetreten. Und dass das so tief enttäuscht worden ist durch diese dramatische sich nach Außen stellen von Putins Politik mit der Annexion der Krim und dieser verdeckten Kriegsführung in der Ostukraine, hat einen Traum zerplatzen lassen, den übrigens auch viele Deutsche haben. Es gibt einen tiefen Wunsch in Deutschland nach Freundschaft mit der russischen Bevölkerung. Und wenn das Vertrauen gebrochen wird, es dann Etappen der Verständigung gab, Minsk, Genf, die Zusagen von Minsk und immer wieder man denkt, jetzt gibt es eine Basis für vertrauensvolle Schritte nach vorne und dann werden die nicht eingelöst, dass dann der Ton deutlicher wird. Ich glaube, das kann gar nicht ausbleiben. Mentalität ist eine Sache, aber Recht ist eine andere. Und wir brauchen klare Rechtsverhältnisse zur Regelung der Verhältnisse der Völker. Das ist die Grundlage für Frieden. Wir haben 1990 einen KSZE-Vertrag geschlossen, in dem die Unantastbarkeit der Grenzen festgelegt worden ist, übrigens auch in Russlands Interesse und in dem festgelegt worden ist, dass alle Länder das Recht auf Bündnisfreiheit haben. Das ist 1990 gewesen. Dann wurde 1994 der Ukraine, die bereit war, ihre Atomwaffen abzugeben, zugesichert unter anderem von Russland, gebt eure Atomwaffen ab, dafür sichern wir euch die Integrität eurer Grenzen zu. Und nachdem nun ein Präsident Janukowitsch drei bis vier Jahre, ohne dass jemals aus Russland gesagt worden wäre, das wollen wir aber nicht, einen Vertrag mit der EU über Handel und Reformen abschließen will, sieht sich das Land, sieht sich die Ukraine damit konfrontiert, dass es Einsatz von militärischer Macht und eine Annexion gibt. Dazu sagen, wir können nicht verstehen, dass das Vertrauen, das man in Russland haben kann, in Putin haben kann, muss man sagen, in den Kreml, dass da alles zerschlagen worden ist, dass das nicht gesehen wird im Kreml, das ist für mich kaum wahrnehmbar. Das kann ich nicht nachvollziehen. Weil Sie nicht zuhören, sondern überhören. Herr Botschafter, noch einmal. Dürfen auch andere sich beteiligen? Ja, klar. Des Staatsstreichs noch ganz kurz. Es hat unter Assistenz von drei Außenministern mit Präsident Janukowitsch selbst einen Vertrag gegeben, der sein Belassen im Amt bis zum nächsten Dezember festgelegt hat. Präsident Janukowitsch ist geflohen. Und das kann man nun wirklich nicht als Staatsstreich bezeichnen. Nicht freiwillig. Sondern nachdem der Präsident weg war, ist aus dem Parlament heraus ein neuer Übergangspräsident ernannt worden. Es sind wirklich Pappkameraden, Propagandafiguren, die Sie hier aufbauen. Ist das Minsker Abkommen noch das Papier wert, auf dem es steht? Es ist der Strohhalm, der im Augenblick als einziges Verhandlungsergebnis auf dem Tisch liegt. Es ist eben aufgezählt worden, dass leider selbst dieses minimale Abkommen, was der Ukraine ja viel zumutet, weil die Annexion der Krim ausgeklammert worden ist, trotzdem selbst das nicht mit Leben erfüllt wird. Nicht ausgeklammert, nicht angesprochen. Ich möchte gerne noch einmal sagen, dass mich die Interpretation, es geht nicht um Völkerrecht, sondern um Mentalitäten, absolut Unrecht macht, auch für unsere Zukunft in Europa. Ich hatte einen Kollegen im Europarat, der von der rechtsradikalen Jobbik-Partei mit einem T-Shirt durch den Europarat ging. Da stand vorne drauf, die Annexion, der Krim ist legal. Und hinten auf dem Rücken stand, und die Karpaten gehören zu Ungarn. Wenn wir anfangen, nach Mentalitäten und dem Empfinden in unseren Ländern zu definieren, was wir meinen, was zu uns gehört und was nicht, und wo wir dann Volksbefragungen abhalten lassen können, sogar unter militärischem Druck, und dann sagen wir, das Volk hat so entschieden, dann ist in Europa keine einzige Grenze mehr sicher. Und dann ist eben diese europäische Friedensordnung, von der wir immer sprechen, kaputt. Und das ist etwas, was dann unseren Frieden zerstört. Und deswegen, Herr Botschafter, ist das die Einladung, das Pochen, der Wunsch, dass Russland zurückkehren möge, dass der Kreml zurückkehren würde in die europäische Rechtsordnung, ist so wichtig für uns alle und auch für Russland. Denn als Tschetschenien sich lossagen wollte von Russland, wurde sehr massiv dagegen vorgegangen, wenn ich daran mal erinnern darf. Hat Platzek dann nicht an irgendeiner Stelle auch recht, wenn er sagt, na ja, irgendwann müsste der Klügere mal nachgeben und möglicherweise dann eine völkerrechtliche Regelung der Krim-Frage auch in dem Maße sehen, dass vielleicht dann zum Schluss die Krim bei Russland bleibt? Nun hat Matthias Platzek dieses erste Zitat ja relativiert. Er hat verstanden, dass es... Relativiert. Es ist jetzt nicht so ganz klar, was damit gemeint ist. Die Klarheit könnte sein, völkerrechtlich ist klar. Und das sagt auch unsere Bundesregierung, das sagt die Europäische Union und das würde auch jedes internationale Gericht sagen, die Krim gehört völkerrechtlich zur Ukraine. Was mich beunruhigt, wenn aus Deutschland Vorschläge kommen, Überlegungen kommen, wie ein anderes Land Teile seines Landes vielleicht abgeben müsste. Und da möchte ich sagen, gehen Sie nach Estland, gehen wir in Deutschland nach Estland. Es gibt dort eine große russischsprachige Bevölkerung. Die Blaupause, wie solche Abstimmungen inszeniert werden, konnte man im Donbass und auf der Krim sehen. Wenn wir in Deutschland jetzt sagen, wir halten das für möglich, dass nach einer gewaltsamen Annexion, mit Militär herbeigeführten Annexion, und Präsident Putin hat selbst ja gesagt, dass das russische Militär dort sehr erfolgreich gewesen sei, wenn danach wir dahergehen und sagen, wir halten das für denkbar, wird in den Ländern, die zwischen Deutschland und Russland liegen, die Nervosität groß. Deswegen finde ich es unglücklich, sehr unglücklich, wenn aus deutschem Munde von einem nicht unbedeutenden Politiker solche Überlegungen in den Raum gestellt werden. Wir dürfen nicht für die Ukraine erklären, dass ihnen das doch zumutbar ist, dass sie einen Teil ihres Landes abgeben. Das dürfen wir nicht. Es gibt, wenn wir auf Polen schauen, es hat polnische Teilungen gegeben zwischen Deutschland und Russland. Das ist im historischen Gedächtnis dort noch da. Und deswegen ist unsere Sensibilität sehr gefordert in diesen Fragen. Frau Beck, Matthias Platzeck, Herr von Stutznitz, und Sie sind alle Mitglied im selben Verein. Das ist der Petersburger Dialog. Dazu gehört auch angeschlossen das deutsch-russische Forum, dessen Vorsitzender Platzeck nun ist. Vorher war es Herr von Stutznitz. Sie rangeln sich da, glaube ich, ein bisschen in diesem Verein im Moment. Es gab Ende Oktober ein Treffen, das angesetzt war in Sochi. Das wurde abgesagt. Gestern gab es eine Mitgliederversammlung hier in Deutschland, die war geplant worden. und ist auch abgesagt worden. Ist es klug, Herr Grinin hat es eben angesprochen, ist es klug, weil sich offensichtlich die Mitglieder nicht einst sind, in dem Maß ihres Verständnisses für Russlands das letzte verbliebene Gesprächsformat durch Dauerverschieben praktisch zu schließen? Nein. Es geht um eine Reform des Petersburger Dialog. Er ist zehn Jahre alt. Nach zehn Jahren ist es immer mal Zeit, die Tapeten zu erneuern. Wir haben in diesen zehn Jahren eine deutliche Verschiebung gehabt von der eigentlichen Intention, nämlich die Zivilgesellschaften sollen sich treffen, zu immer stärkerer institutionell organisierten Treffen. Und es geht jetzt darum, und das ist ein Wunsch der NGOs aus Deutschland, der Nichtregierungsorganisationen aus Deutschland, die eigentlich das Kernstück der Idee waren und der Nichtregierungsorganisationen in Russland, diesen Dialog wieder stärker an seine eigentliche Intention heranzuführen. Es geht um eine Reform. Es geht nicht darum, ihn abzusetzen. Und was mir wichtig ist, dass wir, wenn wir über Russland sprechen, uns klarmachen sollten, dass es eben auch in Russland Nichtregierungsorganisationen gibt, demokratische Institutionen, auch Institutionen, die sogar in Widerspruch zu der Politik des Trems sind. Im Moment finden die Treffen nicht statt. Ist das klug, in einer solchen Phase, wo alle sagen, man muss sprechen, es muss einen Dialog geben, es muss Gesprächsformate geben, dieses Gesprächsformat erst mal auf Eis zu legen, nicht mehr stattfinden zu lassen? Das Treffen in Sochi war in einer Zeit, in der die russische militärische Fuß auf ukrainischem Boden sehr deutlich war. Und es gab wenig Chancen, dass dort tatsächlich dieser Konflikt auf den Tisch kommen würde. Und deswegen haben vor allen Dingen auch westdeutsche NGOs gesagt, Und Sie und Herr Schottenhoff von der CDU gesagt, wir nehmen nicht teil. Jetzt lasst uns bitte mal eine Auszeit nehmen. Ist das gut? Ich halte das für richtig, weil wir nicht so tun können, als ob nichts passiert wäre. Er soll so verändert werden, dass tatsächlich die Zivilgesellschaft sich wieder trifft. Wir haben inzwischen eine sehr starke, auch finanzielle Dominanz des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft. Wer zahlt, bestellt. Ein alter Grundsatz. Und was wir machen müssen, ist, wenn es mutige Organisationen wie die Soldatenmütter in Russland gibt, die dafür verfolgt werden, dass sie sagen, unsere Söhne sind in der Ukraine im Krieg gefallen, dann müssen wir in einem Dialogforum, in dem die Zivilgesellschaft sich treffen, von unserer Seite alles dafür tun, damit diese Gruppen auch zu Wort kommen können. Und dass sie nicht verfolgt werden. Derzeit sind alle Partnerorganisationen, die wir haben in Russland, als ausländische Agenten gelabelt durch den Kreml. Sie haben kaum mehr Luft zum Atmen. Und wir haben die Aufgabe, ihnen Luft zum Atmen zu verschaffen. Also sagen Sie dasselbe wie von Stuttnitz. Es muss mehr Russlandkritik geben im Petersburger Dialog. Es muss mehr Stimmen geben, die sich trauen können, gegen den Kreml zu reden. Sonst können wir tatsächlich Treffen machen zwischen den Institutionen von Gazprom und von Kreml und mit deutschen Abgeordneten und der deutschen Wirtschaft. Dann ist es aber nicht mehr der Dialog der Zivilgesellschaft. Die Ökologiegruppe wäre jetzt doch deutlicher. Wir haben inzwischen eine so massive Repression von Institutionen, die dem Kreml nicht passen, dass sie sogar zusagen müssen. Und das ist wirklich bedenklich. Wir dürfen nicht die Kulisse abgeben für einen Dialog, der nicht wirklich frei ist, weil die russischen Initiativen fürchten müssen, dass, wenn sie Sonntagabend rausgehen aus dem Dialog, Montag die Staatsanwaltschaft ihre Räume durchsucht. Und so etwas müssen wir benennen. Und das ist, glaube ich, die Differenz, um die es geht. Er hat gesagt, Frau Beck, es käme nicht in Frage, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird. Macht er da einen riesigen Fehler? Denn die NATO pflegt doch eigentlich den Grundsatz der freien Bündniswahl. Ich halte das für eine schwierige Aussage. Er hat es getan, weil jetzt gesagt wird, es darf keine weitere Reizung von russischen Interessen geben. Und derzeit steht es ja auch tatsächlich nicht auf der Tagesordnung. Die Schwierigkeit... Jetzt hat die Regierung es notiert im Koalitionsvertrag. Darf ich? Und strebt es an. Es wird erst mal eine Volksbefragung geben. Und es war so, dass bisher die ukrainische Bevölkerung mehrheitlich der NATO nicht beitreten wollte. Das hat sich aber geändert. Bis zum Maidan. Warum? Das hat sich nun leider... Warum? ...leider durch diese Erfahrungen geändert, weil sie mit einer militärischen Aggression konfrontiert worden sind. Das Drama ist, dass 2008, als die Ukraine angeklopft hat bei der NATO, die deutsche Bundeskanzlerin in Bukarest gesagt hat, nein, denn das würde gegen Russlands Interessen stehen. Und es wäre ja, wenn es gut gegangen wäre, und es wäre nicht die Folge einer militärischen Intervention gewesen, wäre es ja wunderbar. Aber jetzt stellt sich das natürlich anders dar. Ich glaube, es steht heute nicht auf der Tagesordnung. Es wird in den kommenden Jahren auf der Tagesordnung stehen. Ich habe damals, als Polen dann angeklopft hat, gesagt, wer bin ich aus Deutschland, dass ich den Polen untersagen darf, dass sie beitreten möchten. Und was sagen Sie jetzt in Bezug auf die Ukraine? Da warte ich jetzt ab, was von der Ukraine kommen wird. Noch kurz sagen, was wenig bekannt ist, es hat von Clinton eine Einladung gegeben an Jelzin, dass Russland der NATO beitreten solle in der Perspektive. D.h. wir haben Zeiten gehabt, wo die Hoffnungen groß waren, dass tatsächlich nach der Überwindung des Kalten Krieges diese gemeinsame Sicherheit nötig wäre. Deswegen auch die Einladung von Russland in den NATO-Russland-Rat. Russland ist das einzige Land, das nicht der NATO angehört, das in Brüssel mit in der NATO am Tisch sitzt. Also es ist unendlich viel kaputt gegangen mit der Aggression gegen Georgien. Das haben wir ja darüber abendlich gesprochen.